Moin und willkommen zum neuen Unboxing Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Pico die 59643 aus, ein Halbspeisewagen, ein ARM 216 Halbspeisewagen, so ist glaube ich besser, warte ich mache ich noch kurz zu, das Fenster, so, also ein ARM 216 Halbspeisewagen, da sind noch Zeitschriften, so, also, der Halbspeisewagen hat ein Gummibärchen, immer gern gesehen, so, hat ein 1. Klasse Abteil, der Halbspeisewagen und ein DSG Speiseraum, so, da ist er, auf, 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 auf. So fallen ja gleich die Zurrissteile weg. Trittstufen müssen wir noch anbringen oder wenn sie nur für Vitrinenmodelle geeignet sind dann auch wieder nicht, weil wir sie ja fahren lassen wollen. Scheint das einzigste zu sein was gemacht werden muss dort. So werden die befestigt. Scheint jetzt keine Auswirkung auf die Kupplung zu haben, vielleicht machen wir sie dann dran. Okay, dann werden wir doch den rausholen. So. So. Okay. Okay. Was steht da? Frankfurt nach Dortmund, da ist das 1. Klasse Abteil, ja sieht es auch sehr sehr schön aus. Ich hoffe es hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns im Fahrvideo oder im nächsten Video wieder. Ciao! 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 Ciao!